Ich spreche heute mit Mr. DAX, Dirk Müller, über einen weiteren möglichen Börsenabsturz, die digitale Zukunft des Euro und warum private Anleger die Dummen sein könnten. Damit herzlich willkommen zu Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Für den DAX ging es diese Woche nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Die Marke von 12.000 Punkten ist nicht mehr weit. Die alten Rekorde sind greifbar und das bei einem möglichen Einbruch des Wirtschaftswachstums von 6,6 Prozent. Das erwartet zumindest das IFO-Institut für dieses Jahr. Rückenwind bekommen die Märkte durch die Pläne der EU für ein Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro. Da fragen sich einige zu Recht, ob die EU in dieser Krise wirklich den Laden zusammenhalten kann. Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Krise eher zu einem Zusammenschweißen der Europäischen Union führt. Bei allen Beben, die wir jetzt sehen und auch noch erwarten dürfen, wird es am Ende dann eher dazu führen, dass man sagt, komm, wir schmeißen zusammen, sonst geht es gar nicht mehr. Und wird Dinge wie Eurobonds, man wird es dann anders nennen, gemeinsame Staats-, gemeinsame Haushaltssituationen, viele andere Dinge mehr, wird die Folge dieser Krise sein. Fragt sich, ob das auch die Stabilität des Euros in Gefahr bringen könnte? Was ich annehme, ist, dass wir eine Veränderung bekommen, auch in der Nachfolge dieser Krise, dass wir weggehen vom Bargeld, von dem Euro, US-Dollar, wie wir es heute kennen, sondern dass es dann der E-Euro sein wird, an dem die französische Nationalbank ja bereits in der Probephase hat, oder der Digital-Dollar, also ein reiner Krypto, eine reine Krypto wäre ein Krypto-Dollar, elektronischer Dollar, elektronischer Euro, der dann auch gar nicht mehr in Münzen und Scheinen existiert, sondern ausschließlich digital. Und die Börsen, haben sich die Anleger zu früh über die Gewinne seit dem Crash gefreut? Meine Haupterwartung ist, dass wir mit einer 70-Prozent-Wahrscheinlichkeit das Tief noch nicht gesehen haben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte im Herbst, wie wir es auch 2008 gesehen haben, 1929 auch, aber 2008 ist jetzt näher gewesen, nochmal den zweiten schweren Schlag bekommen, indem wir dann nochmal neue Tiefskurse sehen. In der Phase würde ich dringend empfehlen, gestaffelt in den Markt einzusteigen. Für diese Theorie könnte sprechen, dass große Investoren, zum Beispiel auch Warren Buffett, aus dem Markt herausgegangen sind. Die halten eher Cash auf der Seite. Ist der Privatanleger also der Dumme? Die Privaten kaufen, die Privaten kaufen, das gibt es kein Morgen mehr. In der Hoffnung, es wird schon alles irgendwie gut gehen und die Großen laden ab. Selten, dass die Kleinen recht haben und die Großen unrecht haben. Wie ihr euch gut informieren könnt, erfahrt ihr jetzt im Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, dann meldet euch an bei den kostenlosen Webinaren der Trading House Börsen Akademie. Da könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr auf dem Herzen habt. Unter www.trading-haus.de könnt ihr euch sofort anmelden. Die nächsten Termine sind am 4. Juni. Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge. Und am 17. Juni erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar. Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport zeigten sich in dieser Woche freundlich und konnten auf den höchsten Stand seit April zulegen. Mittelfristig wecken die jüngsten Kursgewinne nun aber weitere Hoffnungen. Trotzdem bleibt ein Investment in diese Branche verhältnismäßig schwierig. Die Risiken sind nach wie vor enorm hoch. Die Analysten der Trading House Börsen Akademie sehen trotzdem eine Longchance. Nachdem die Fraport-Aktie nun ihr kurzfristiges Ziel bei 46 Euro erreicht hat, können Bullen durchschnaufen. Für ein Folgesignal muss der Wert ein Niveau von mindestens 46,93 Euro haben. Damit weiteres Aufwärtspotenzial. Bis Mitte Januar lief es für Nike wie am Schnürchen. Man hat sogar die dreistellige Marke und somit die 100 US-Dollar überschritten. Und markierte bereits ein Verlaufshoch bei 105,55 Dollar. Mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie geriet aber auch diese Aktie massiv unter Druck und fiel bis Mitte März auf 59,94 Dollar zurück. Nach einer mehrwöchigen und äußerst volatilen Stabilisierungsphase schoss das Papier anschließend wieder hoch. Und auch hier sehen die Analysten eine Longchance. Investoren blicken an den Börsen in die Zukunft und diese scheint sehr optimistisch auszusehen. Kann das dreistellige Kursniveau von glatt 100 US-Dollar bezwungen werden, stünde einem sehr baldigen Test der Jahreshochs bei 105,55 kaum etwas im Wege. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Das war Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Sendung präsentiert Ihnen MarketsX.